hallo ihr fantastische menschen da draußen willkommen zu einer neuen folge retropaner quält sich und heute heute war mal ein gameboy color spiel und zwar star wars the yoda stories ich weiß noch wenn ich das nicht ganz verwechsel das gab es auch damals auf dem pc und als das erschienen ist hat auch da schon die ganze spielerschaft über das spiel gelacht war das einfach viel zu veraltet war und irgendwie wie vor fünf jahren damals aussah und anscheinend hat es auch auf den gameboy color geschafft und ich würde sagen wir gucken einfach mal rein star wars spiele gibt es ja wirklich wie sand am meer aber das soll angeblich schlecht sein und deswegen schaue ich mir das ganze natürlich gerne mal an also gerne wenn ich das richtig im kopf habe nimmt das einen interessanten spin es gibt ja die star wars spiele auf den gameboy da war es natürlich eher so ein plattformer oder super nintendo super star wars auch schöne plattformer sehr schwer und daher auf ihre eigene art vielleicht für eine quätsich serie geeignet aber natürlich eher weil sie schwer waren waren eigentlich ganz solide und das nimmt jetzt so ein spin jetzt in das action adventure tum sage ich mal nenn ich mal vorweg bevor ich hier anfange falls ihr auch einen wunsch habt für diese serie also egal ob 8 oder 16 bit schlechtes spiel ab in die kommentare rein ich schaue mir alles mal nach und nach an das hier hat sich mal ausnahmsweise keiner gewünscht aber ich hatte mal bock auf ein gameboy color spiel das heißt wenn ihr mal so gameboy color gucken habt einfach in die kommentare rein und ich würde sagen ja die musik geht mir jetzt schon auf den keks war natürlich die berühmte star wars melodie ist natürlich episch aber wenn die natürlich so immer vor sich hin dudelt ich finde es schon mal sehr interessant die bewegung und zwar ihr seht es ist sehr ruckhaft das heißt ihr bewegt euch von feld zu feld nicht irgendwie samt scrollen wie links awakening vor dem erscheinen auch ein paar jahre vorher erschienen und was ich schon merke wenn ihr euch in die richtung dreht dann geht ihr nicht gleich in die richtung sondern ihr dreht euch erst mal in die richtung und dann geht ihr also ihr müsst wenn ihr die richtung wechseln wollt zweimal die taste drücken das denke ich mal jetzt schon wird sehr schwer zum umgewöhnen sein aber ich würde sagen wir schauen einfach mal hier lang was wir machen müssen sagt es ist ja ein abenteuer spiel okay mit a schieß ich dass wir jetzt ja nicht hier gleich alle weg schießen ach das liegt schwert haben wir schon okay ich habe es natürlich jetzt idiot die story nicht gelesen deswegen weiß ich nicht wo das jetzt hier im kontext zu verorten ist move along okay machen wir das mal also sorry aber es ist davos und es ist ein gameboy color spiel und wie gesagt links awakening geht in diese richtung es muss ja nicht ganz so geil sein wie links awakening aber das so simpel hier noch darzustellen das wirkt wirklich wie so ein spiel vom vom launch lineup des klassischen gameboys finde ich und das kämpfen ist jetzt auch irgendwie guckt euch mal wie schnell sich die gegner hier bewegen vor allem ihr bewegt euch jetzt sehr sehr starr wie gesagt wenn ihr richtung wechseln wollt man muss die taste zweimal drücken ich zeige es euch gerne mal hier und auch die bewegung an sich ist jetzt nicht die schnellste aber die gegner hier gehen what the fuck und wir sind andere musik so auf dauer auch schöne musik wenn sie gelugt werden irgendwann ist es nervig ich merke schon ich werde hier und auch wenn ihr steht um anzugreifen dann steht hier erst mal und dann gefühlt eine stunde zeitverzögerung übertrieben gesprochen natürlich haut ihr letztendlich zu okay da ach ich dachte ich komme da nicht durch und diese gegner bewegen sich sau schnell und b das ist nur keine spannende kämpfe leute und vor allen dingen ich bin hier luke skywalker биheik nicht hingengehen käfer hier kämpfen das gegner dass das gegner das sind wahrscheinlich ok Gute erstmal diese kämpfen hier an die bewegt sich zufälliger was die felder und erscheinen hier Was? Hallo? Spawn da wieder? Sorry, ich... Ich bin gerade echt etwas sprachlos. Okay, zack, komm her, komm her, komm her, zack. Wir sagen, okay, wenn ich mir ein bisschen Mühe geben würde, müsste ich wahrscheinlich auch, wo ich hin muss. Hey, open up, show some hospitality. Okay, wir sollen also die Imperialen hier töten. Dann würde er uns reinlassen. Wahrscheinlich so nahe den Quests. Off the Streets. Ja, auch hier, wie ihr seht, ich... Ach, ach, ich muss nach unten drücken. Bei so einem Spiel ist es ja normalerweise gewohnt, man drückt den A und dann kommt man in die nächste Seite. Ich muss hier nach Steuerkreuz unten drücken. Muss man natürlich auch erstmal wissen. Dann we will talk. Okay, gut, zack. Sag mal, ich glaube, hier die Stormtrooper sind die wahre Jedi Master. Guckt euch doch mal an wie... Alter! Kann ich einfach verwechseln, was... Das war was zum Einsamen gerade, oder nicht? Das müsst ihr auch die Imperialen hier getötet haben, oder? Nice work, kid, but the bar is reserved for senior pilots. Okay. Der sagt mir, hey, du kommst hier nur rein, wenn du hier alle tötest. Und dann... Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Muss man, glaube ich, auch nehmen. Mal gucken, ob ich hier reinkomme. Also irgendwie... Diese Musik. Zum Kotzen. Ich sag euch. Mir hängt es jetzt schon aus den Ohren raus. Oh, das ist alles hier diese Trostlose. Ich kann es... Immerhin kann ich jetzt schießen. Ich kann es schießen. Vielleicht wird das Kämpfen jetzt besser. Oder auch nicht. Wieso bewegen die sich so schnell? Ganz ehrlich, warum? Also ich verstehe echt den Sinn hier nicht hinter. Tue ich nicht. Keine Ahnung. Und ganz ehrlich, meine Spielmotivation, die ist jetzt auch wirklich... Also dieses Spiel mit Feindschliff hätte das wirklich was werden können. Bessere Bewegung, bessere... Vor allem der Kampf. Ja, es wird ja so viel gekämpft und der ist so scheiße umgesetzt. Was soll das? Keine Ahnung. Aber es macht nicht mehr ansatzweise Spaß. Also wenn ihr ein gutes Star Wars Spiel sucht, haltet euch von diesem bitte wirklich entfernt. Es macht keinen Spaß. Wie gesagt, dass ich hier ein bisschen planlos rumirre. Aber wenn das Kampfsystem schon so gar keinen Spaß macht, kann ich da rein. Da war ich jetzt gerade neugierig. Aber wenn ich jetzt hier noch umsteuere, werde ich automatisch rumgeleitet. Und wie gesagt, wenn ihr auch Wünsche habt, besondere zu Game Boy Color, ab in die Kommentare. Mach's gut, ihr Lieben. Tschööö.